Willkommen zurück bei Ni No Kuni, liebe Freunde, wo wir heute ja diesen Weg nach oder zum Pfad der Gräber irgendwie suchen müssen. Und wenn ich die Karte richtig deute, müssen wir ja hier irgendwie vorbei und hoch. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Das werden wir jetzt in dieser Folge rausfinden. Ich hoffe mal, die machen mich jetzt hier nicht. Ich möchte nicht schon wieder irgendwo von Esther geblockt werden. Die hat ja immer ein Talent dazu. Oh, Steinwurf, so schnell kann ich nicht blocken. Der fällt mir jetzt natürlich auf den Kopf. Zum Glück kein Doppelangriff, wenn die so einen Doppelsteinwurf machen würden. Oh, 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 glaube ich, tut der weh. Aber zum Glück machen sie es nicht auf selbe Ziel. Oh, hier hänge ich fest. Kein Fokus-Fire an der Stelle beim Gegner. Also genauso wenig wie bei meinen Pads. Das ist jetzt bei mir mal an der Stelle gut. Ansonsten bin ich ja nicht so der Fan von. Ach so, jetzt ist der Kampf zu Ende. Wie weit können die denn diese Blöppels aufsaugen? Den wollte ich nehmen. Mann! Sind einfach dann auf Lovke geflogen. Großartig. So, aber wieder neue Stufen. Ah, Seppo hat 28 erreicht. Das heißt, der müsste jetzt endlich, genau, heilender Regen können. Das ist doch Knorkel. Moment, das muss ich auch mal ändern. Denn, äh, heilende Träne raus und, ne, nochmal. Und dafür heilender Regen rein. So. Genau. Das finde ich gut. Dann bist du nämlich auch nochmal ein Gruppenheiler, der die Gruppe heilen kann, wenn es mal eng wird. Oder wirst du kompletten Heiler? Nein, dein Traumschaum. Guck nochmal, was hast du sonst noch? Nickerchen, Wasserbombe. Wie viel Schaden macht denn die Wasserbombe? Bei nahen Gegnern? Hm, ich glaube... Ja. Machen wir einfach mal weiter den Traumschaum noch rein. Heilender Regen und Traumschaum. Und dann kann ich auf dem hier tatsächlich das mal raus machen. Und den rosa Nebel probieren. So. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich weiß ja nicht, ob das so funktioniert oder ob ich tatsächlich mich für eins von beiden entscheiden sollte. Ich weiß es nicht. Wiegendit und rosa Nebel sind beide, ähm... Angriffszauber, physischer Natur. Ich weiß es nicht. Hm. Schade, dass ich das echt nicht weiß. Müsste man ein bisschen rumtesten irgendwie. Was kann ich denn füttern? Magische Verteidigung. Ja, schön. Das mag wieder keiner. Kriegst du nochmal. Bist aber auch nicht der Fan von... Ich seh das schon. Ja, Nashi, nimm mal. Ist halt auch weg. Zwar nicht effektiv, aber es steigt nur ein Punkt immerhin. Gut, haben wir Ditte. Ähm... So. Jetzt nochmal zurück zu den... Also du kannst jetzt nicht mehr heilen. Du kannst nur noch CC'n. Aber das ist recht teuer vom Mana. Deswegen würde ich dich ganz gerne irgendwann mal... Ach ja, dich auf Olli lassen. Ich weiß es nicht. Wie viel Heilzauber wirklich? 4, 5... 3 mal 15, 15. 1 CC wäre billiger, wa? Ich weiß es nicht. Ich... 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 Ich lasse tatsächlich erst mal den rosa Nebel noch weg. Klickort. Menno. Und bleib bei dir auch nochmal beim Gruppenheilzauber. So, und bei Seppo... Heilender Regen Traumschaum. Gut. Das lasse ich mal so. Dann habe ich zwei, die wirklich heilen können. Jetzt habe ich hier wieder rumgeklickt und weiß nicht, was ich getan habe. Mein Gott. So. Gut. Und du hast echt nur einen Single Heal. Aber dafür einen ziemlich starken. Na gut. Und was habe ich als zweites bei dir drin? Entladung. Ja gut. Bleib mal so. Dann habe ich mit Seppo einen der AE gemacht. Die als Single. Du als CC-Heiler. Gucken wir doch mal. Und dann machen wir uns hier weiter. Ich hoffe, das hier ist jetzt der Weg, den ich mir so vorgestellt habe. Das ist natürlich die Rappelsau im Weg. Kann ich da vorbeilaufen? Ja gut. Das funktioniert. Ist aber jetzt nicht so optimal. Ja und nun? Laut Karte geht es hier weiter. Ah. Ja, ja. Okay. Da kann ich dann tatsächlich jetzt mal eine Brücke bauen. Mach mal fertig. Dann können wir da nämlich weitergehen. Das ist natürlich ziemlich tricky, dass man das nur auf der Minimap sieht und nicht auf der realen Karte. So. Dann haben wir hier eine Brücke gebaut. Oh, die Höhle da hinten sieht natürlich schon einladend aus. Not. Dann haben wir so einen Dickschädel. Der, naja gut, den müssen wir machen. Der steht ja mitten im Weg. Da komme ich ja wirklich beim besten Willen nicht dran vorbei. Schau das! So. So. Soll ich es mal probieren? Ach, ich habe im Moment so wenig Mana. Jetzt lieber mal nicht. Später. Ich verteidige mich. Ich habe geblockt. Was auch immer. Ich habe irgendwas geblockt. Linderne Hand auf. Ist er. So. Dann ist die Gute auch wieder ein bisschen im Geschäft. Und nicht ganz so tot. Oh, sie kommen auf mich zu. Ich weiß nicht, ob das Spiel tatsächlich, wie man das aus MMOs kennt, Bedrohung hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn ich heile, dass ich schon die Bedrohung auf mich lenke. Aber leider habe ich das Gefühl halt nur manchmal. Also so immer funktioniert es tatsächlich nicht. Weil die Mobs versuchen ja immer dann irgendwann hier, ne, ihr seht es, auf Olli zu kommen. Und wenn ich jetzt eine ganze gewisse Zeit nicht heile, dann gehen sie hier wieder auf meine anderen Pets. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das so ein Agro-System hier wirklich gibt. Oder ob ich mir das gerade nur ein wenig einbilde. Kann natürlich, äh, sein. Boah, kriegt der gute Kellen. Alter Sven! Mannometer! Ich bin ja schon ein bisschen sprachlos, was er dir da reingedrückt hat. Gut, gucken wir mal. Erfahrungspunkte. Ja gut, ist aber normaler Schnitt. Ist jetzt nicht super hoch und nicht super tief. Und wir kriegen hier wieder ein bisschen Zeug und neue Stufen. Ach, und Nashi erlernt einen Trick. Heiße Luft! Ja, Mensch. Hat auch immer das jetzt bedeutet. Wir gucken uns das mal an. Oh, mein Mana geht langsam zu Ende. Das ist nicht schön. Heiße Luft. Tornado. Machen wir mal hier. Geistauer weg. Und, äh, nur an der Atem fügt allen Gegnern in der Nähe Feuerschaden zu. Ja, Mensch. Gratulation, ein neuer Trick. Äh, aber hier komme ich auch nicht weiter. Wie kommt... Hallo? Ach so, jetzt muss ich hier wieder rum. Verstehe. Hier einmal so rum. Darunter. Und unten durch. Das haben wir ja ziemlich tricky gemacht. Erkennt man tatsächlich, ich wiederhole mich da gerne, nur an der Minimap. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ui, ui, ui. Und, ja toll. Die Höhle macht mir echt Mut. Sieht ja sehr einladend aus für kleine angehende Zauberer. Fahrt der Gräber. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Vater Gräber. Weg ins Verderben. Ja, ja. Einladend. Schön, schön. Endlich sind wir da. Der Vater Gräber. Hey. Hä? Was seid denn? Ach, die beiden. Ach, ihr kommt mit. Ihr könnt doch gar nichts. Ihr seid doch echt nur... Ballast. Aha. Ich habe eine neue Alchemieformel erhalten. Probier sie im Kessel aus. Ja. Schön. Hättet ihr mir nicht sagen können, was? Jetzt muss ich wieder alles lesen. Mann. Gut, ähm. Hm. Komm schon. Also die sind ja echt darauf aus, hier irgendwie ein Abenteuer mit uns, äh, zu erleben. Ja, jetzt habe ich hier noch eine größere Gruppe. Ich hoffe nicht, dass ich die auch noch steuern muss, sonst drehe ich durch. So, gucken wir doch mal in unseren tollen, äh, magischen Begleiter bei den alchemistischen Formeln, da. Ja, ja, und wo sehe ich jetzt, was ich neu erlernt habe? Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, und hier sehe ich schon, ich hätte die Sachen einfach vielleicht behalten können, die ich verkauft habe. Äh, naja. Ich habe keine Ahnung, er hat ja irgendwas von Knarre gefaselt. Wo gibt es denn hier Knarren? Gibt es hier eine Knarren-Sektion? Nein, natürlich nicht. Da gibt es Waffen. Königlicher Speer. Veteranen Speer. Ha, ha, Hammer. Ähm, ja, wahrscheinlich sind das auch die besten Sachen, die man hier herstellen muss, wa? Ja, ich weiß es nicht. So. Äh, ja. Okay, okay. Irgendwo habe ich da ein Rezept, ich weiß nicht welches. Wird bestimmt toll sein. Ich habe keine Ahnung. So, äh, wir machen uns mal voll, Gott sei Dank. Und natürlich möchte ich jetzt bitte auch speichern. So. Und dann haben wir gespeichert. Und wir gucken mal. Ach, und haben hier direkt mehrere Wege zu Anfang. Denn wir könnten auch direkt hier abbiegen. Ich weiß es nicht. Sieht alles nicht sehr einladend aus. Weiß jetzt nicht welcher Weg. Was ist das denn hier? Aha, die ist verrostet. Kann ich die öffnen? Einfach mit Schloss öffnen. Nein, alte Pracht wäre vielleicht toll, ne? Weil sie verrostet ist. Äh, alte Pracht. Nichts passiert. Medium. Nein. Giftige Apfel. Zauberwesen. Äh, lindernde Hand. Nein. Portal. Herzbefangen. Herz schenken. Entgiftung. Schloss öffnen. Naturnähe. Nein. Äh, Brücke. Ich weiß nicht. Entgiftung? Nein. Bestimmt nicht. Eiskälte kriegt er mit Rost weg. Nein. Nein. Lichtpfeil. Nein. Hm. Also nicht wirklich irgendwas, was ich damit wegmachen könnte. Oder gib mir Drippy noch einen Tipp. Nein. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die aufkriege, aber ich glaube eher mal nicht. Ähm, der kräft, ja gut, da hätte ich vielleicht auch fast hit kriegen können, wenn ich direkt drauf gegangen wäre. Ach so, das ist Zombo und ich kenne Zombo. Zombo schon die evolutionierte Form von Zombo. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wie viel Schaden hier meine lustigen Viechers machen. Öh, das sieht aber jetzt nicht ganz falsch aus. Also sich rocken nicht wie bekloppt. Oh doch, jetzt ich jetzt nicht. Ich hätte den Tag nicht von den Armen loben sollen. Und gerne auch immer gesagt, hinterher ist man immer schlauer. So, machen wir jetzt noch voll. Oh, Wanner, Wanner, Wanner. Ah, da hätte ich mich ganz gerne verteidigt. Und jetzt bin ich verwirrt. Ich will nicht verwirrt sein. Boah, das ist so unfair, liebe Freunde. Dass der CC wirklich nicht bricht, äh, wenn jemand auf einem einhackt. Das finde ich ziemlich gemein. So, machen wir aber erst dann nochmal voll. Gut. Na gut, im Endeffekt könnte ich mich auch nochmal voll machen, wenn hier nichts passiert. Gut, wir haben ja schon wieder gut Mana rausgeblasen. Gut, dann ist Satuell auch gewonnen. Dann war jetzt ja nicht so spektakulär. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier in diesem Gebiet echt härter zugeht. Aber gut, sollen mir recht sein. Oh, gab es aber 175 Erfahrungen. Also von den Erfahrungspunkten sogar mehr. Komisch. Ja, und noch ein Level für Haya, unseren CC-Moped-Mann. Achso, und hier kann ich mit alte Pracht jetzt wahrscheinlich tatsächlich die Brücke herstellen, wie sie mal früher war. Machen wir doch mal und gucken da vorne in die Kiste. Wie kannst du das? Oder sollte man sich vorher wirklich massiv informieren, welche Pracht-Konstellation mit welchen Waffen wirklich effektiv ist und welches die beste ist? Ja, da gibt es wahrscheinlich so viele Möglichkeiten. Wenn ich die jetzt hier im Blind-Let's-Play ausprobieren will, kann ich wahrscheinlich stundenlang einfach nur Pets zähmen, Ausrüstung bauen. Also wie gesagt, das wäre dann vielleicht am Ende irgendwann effektiv. Aber da würde sich nie jemand freiwillig mir noch anschauen, weil da glaube ich einfach stinklangweilig wäre. Deswegen verzichte ich darauf. Für alle, die sich halt fragen, warum ich da nicht so ein bisschen rumexperimentiere. Ich bin halt froh, dass die Pets irgendwie jetzt so langsam mal wieder nachgelevelt sind. Wenn ich da jede Folge neue Pets hole, weil ich denke, dass ein Pets toll ist, komme ich hier nie auf den grünen Zweig. Denn die leveln ja doch verhältnismäßig langsam nach. Und ebenso mit der Ausrüstung. Wie gesagt, vor allem finde ich es halt ziemlich unkomfortabel, immer in diesem Online-Buch nachzulesen, weil das so eine Kackblätterei ist. Also da ärgere ich mich schon, dass Bandai Namco dieses Buch nicht in jeder Version beigelegt hat. So, was haben wir hier drin? Oh, Fluchtvereinler. Toll. Hätte ich mir ja jetzt irgendwas Schönes gewünscht. Ach du Scheiße. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Guckt euch an, liebe Freunde, wie weit das ist. Oh mein Gott. Ja, schön. Das werden ja die nächsten 50 Folgen hier drin. Ja, da haben wir irgendwas. Gut, das hat mich nur von der Seite getroffen. Ich wusste gar nicht, wohin ich mich drehen soll. Da ist schon wieder Zombo. Ich hoffe nur, dass mir nicht viel in der Qualmhöhe war, glaube ich, dass ein Mana ausgeht. Denn ab dort ging es ja ziemlich bergab. So, ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt mit diesem Heilstil ganz gut klappt. Zum Not kann ich ja dann auch mit den Pets der anderen noch ein, wenn Oli kein Mana mehr hat. Muss ich halt mal gucken, wie das funktioniert. Da war ich ein zu weit. Ich wollte nicht den Knopf drücken. Nicht, dass ich nachher auf Fliehen drücke. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch nie ausprobiert. Wurde ja schon in den Kommentaren mal gefragt, warum ich das noch nie gemacht habe. Keine Ahnung, ich flüchte nicht gerne. Also entweder verliere ich, weil ich nichts drauf habe. Oder ich gewinne, weil ich Glück habe. Aber fliehen, das ist nicht so schön. So, Zauber, Lindernand auf Sven. Machen wir die auch nochmal voll. Fehlschlag. Ja gut, da bin ich auch Fan von. Lindernand auf Sven. So, dann ist der auch wieder... Achso, der ist auch noch da. Ich habe ihn gesehen. Lafke, mach den nochmal weg. Lafke. Günther. Günther Lafke. Die neue Show. Irgendwann. Mit Günther Lafke. Großartig. So, dann mach du ihn doch weg, wie ich dir, ey. So, brav. Meins geht weg. Ey, Funzel möchte ich nicht. Ja, einfach mal hier Funzel umhauen. So, mit einem Schaden. Oh, oh, oh. Ich sollte wirklich draufhauen. Du droppst ja noch Mana. Ist ja eine ganze lindende Hand gewesen. Das wusste ich ja natürlich nicht. Also dann haue ich da doch drauf, wenn ich sie noch zähmen könnte. Oh, oh, und neue Stufen. Das geht ja doch ganz gut hier. Gut, gut. Tornado. Was ist denn Tornado? Gucken wir doch mal, was der gute Lafke hier mit Tornado kann. Aber das kann, glaube ich, auch schon... Ja, ja, das ist schon... Das können wir ja schon. Du bist echt nicht der Magie-Mann. Oh, was ist denn das? Wer ist er denn? Käpt'n Zombos Vater. Der Uber-Zombo. Hallo, wer bist du? Was? Es kann sprechen. Ähm. Ja, schön, schön. Her Skelett. Äh. Ja. Kann ich den Tod nicht einfach töten? Wahrscheinlich nicht, der ist ja schon tot. Aber da gibt es ja so eine Regel. Die Zerstörung des Gehirns. Hä? Na, mit Magie. Zauber, mit dem du dich totstellen kannst. Äh. Wie? Was? Ich hab'n Zauber, mit dem ich mich totstellen kann. Moment, ich muss mich erstmal hier drüben umsehen. Und dann denke ich über das Problem nach. Oh, hier ist aber ganz schön dunkel. Wer ist das denn? Ist schon wieder hier so ein Zombomann? Ach, Doppelzombo. Die Zombo-Kombo. Alter, die Namen, ey. Oh, oh, oh. Da kriegt Esther aber sofort, äh, einen reingezombot von Doppelzombo. Ja, oh, einer ist weg. So, geht doch mal weg. Ach ja, genau. Sammelt doch mal hier die Knödel ein. Ach so, nein, hier möchte ich bitte raus. Zwei nach da und verteidigen. So, das hat geklappt. Und jetzt kann ich immer noch lindernde Hände verteilen. Auf den guten Gunter. Gunter Ravk ist wieder am Start. So, Mana für mich. Ach, ich könnte mich auch mal heilen. Ich bin ja auch schon recht low. Oh, da leben Mana. Ach, Mensch. Dass sie das nicht automatisch dann zum Schluss einsammeln lassen, das finde ich auch ein bisschen gemein. Aber ich habe eh ein Level ab. Und von daher wieder volles Mana. Und überhaupt. Klarheitsbringer. Ja, damit kann ich mich aufwecken, wenn ich mal wieder am Pennen bin. So, was haben... Was? Ich habe eine Fluchfalle ausgelöst. Schön. Also, nicht wirklich. Und nun? Ähm. Finde ich jetzt nicht gut. Ist das schlimm? Und alles nur für einen Cheeseburger. Ja, Fastfood ist echt... Bin ich jetzt verflucht und kann mit dem... Da hinten reden? Habe ich jetzt irgendwelche Nachteile? Nein, ich bin nur verflucht. Also meine HP... Ja, nochmal. Bin ich jetzt doppelt verflucht? Schön. Ähm... Ich möchte mich bitte mal einmal jetzt entfluchen. Gegengift, äh... Hebt Flüche auf. Ach, die muss ich jetzt auf alle drei machen. Das ist doch noch nicht euer Ernst. Äh... Nö. Ich warte mal. Kann ich ja mal meinen Zauber angucken, ob ich mich irgendwo totstellen kann. Äh... Entgiftung, Schlossöffnung, Naturneer, Schweben. Äh, gut. So gerät, dass ich tot bin, wahrscheinlich nicht, ne? Ähm... Magisches Licht? Also sind jetzt ja alles so nicht die Zauber, die darauf hindeuten. Ah! Ja, da. Giftiger Apfel. Olé. Da haben wir ja den Zauber gefunden. Wenn er mal hier der unser Fluch weg ist. Wie lange hält er denn? Hält er jetzt unendlich? Wie in Dark Souls? Ich weiß es nicht. Und ich habe natürlich keinen Läuterungsstein. Schon schlecht. Ja. Hallo. Der hält doch jetzt nicht ewig, oder? Ich weiß jetzt nicht, was ich in der Zeit sagen soll. Außer, ähm... Ah, jetzt ist er weg. Gut. Gut, gut. Dann können wir ja weitermachen. Dafür ist sicher kein Blufvorheil, also. Und ich habe First Hit hier auf, Kollege. Ah, schon wieder doppelt. Zumbo. Ja, dann lassen wir mal wieder Gunter-Lavke los. So, und die knüppeln. Knüppelt man da lustig rum, liebe Freunde. Ihr macht das schon. Oh, nicht wirklich, weil sie jetzt wieder Schaden kriegen. Sobald der Gunter da ist. Alter, kriegt der Gunter aber gut auf die Mütze. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz die lindernden Hände auf Esther legen. Genau, Sven, sammeln du mal da die Knödelchen ein. Passt schon. Lindernde Hand auf dich jetzt, Sven. Au, jetzt hauen die mich. Jetzt habe ich jetzt, das meinte ich. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Heilagro, weil ich so viel jetzt geheilt habe. Und, ähm, ich weiß nicht. Denn irgendwann switcht diese Agro und die lassen von den Pads der anderen ab. Ah, da war ich zu langsam. Äh, und gehen dann auf mich, ne, wie zu sehen. Und deswegen war die Frage, ob es tatsächlich hier ein Agro-System gibt. So. So, das habe ich geblockt. Ihr könnt mich doch mal gerne haben. Wahrscheinlich jetzt. So, geht weg. Jetzt macht das Moped-Ding doch mal da kaputt, Menno. Oh, Mana, 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 Mana. Meins. Gut. Also zum Ende hin immer zum letzten Pet, was dann auch lebt, hingehen. Das hilft. Dann kriegt man die Knödelchen nämlich auch noch. Ja gut, das gibt hier wirklich gute Erfahrungspunkte. Obwohl die Mops jetzt nicht so super schwer sind. So, jetzt kann ich mich hier mal bei Captain, äh, ich stelle mich apfeltot. Wo, da. So, zack, bum, peng, Apfel essen. Und jetzt bin ich hier mal gespannt, was passiert. Hm. Mwahaha. Mwahaha. Die haben keinen Puls, sie sind tot. Sie dürfen durch. Hm. Frische Kadarbe. Oh Gott, wo schleppen die mich denn jetzt hin? Ach so. Gut, wir sind jetzt irgendwo... ...wo anders. Wer ist das denn? Lechak? Captain Zombo? Man weiß es nicht. Ich bin dein neuer Freund. Wir sind alle Freunde. Ja, schön, dass wir jetzt Freunde sind. Möchte ich dir aus diesem fröhlichen Anlass den Schlüssel hier überreichen? Okay. Ein Giedrich. Ja. Äh, äh. Also damit kriege ich ja wahrscheinlich die Türen. Was? Äh, auf die am Anfang zu waren. Ein prächtiges Casino. Ja, schön erstmal pokern. Mhm. Ein Casino. Für gut beduchte Tote. Okay. Den sterben ist langweilig. Mwahaha. Welch Wortwitz. Ähm, ja. Nettes Skelett, nettes Skelett. Huch, wer ist er denn? Ach, hier sind auch ganz viele andere Pads. Ja, ich bewege mich mal jetzt keinen Millimeter und sage einfach mal, ich muss den noch machen. Ja, schade, Freunde. Ich wollte eigentlich sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss, aber... Komm schon, ihr Leute! Käpt'n Bantana-Zombo wollte noch nicht, wie ich wollte. Dann müssen wir die nochmal ganz fix machen. So, und wir lindernden Händen, äh, heilen, estern, ihr wisst schon. Sammelt doch hier mal die Knödelchen ein. Brav. Und auf Sven. Oh, ich muss weg. Die haben mich hier in die Engel getrieben. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Mach doch mal was. Ja, die rennen einfach nur irgendwie hinterher und machen nichts. Glaube ich verwirre die. Gunter kommt nicht hinterher. Oh, jetzt hat Gunter mal getroffen. Wie gesagt, lustig, dass die halt nicht das Ziel nehmen, was in Reichweite ist, sondern... Keine Ahnung was. Das haben wir auch noch nicht so geschafft. Ich habe gescheckt, was die angreifen, wenn ich nicht den Befehl gebe. So, jetzt gibt es hier wieder ordentlich Prügel. Aber da... Ja, geh weg, Käpt'n Zombo, Mann. Ich will nichts von dir. So, was war jetzt? Achso, jetzt kommt Laft. Laft teilt mal dicke Kellen aus. Ja, da block ich. Zack, mein Knödelchen weg. Lindernde Hand. Ach, äh, ist der... Ah, da. Mana. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen... So. Aber der droppt nix. Skandalös. Laft mal drauf und der droppt nix. Der Mob war kaputt. Eindeutigst. Ja, aber das gibt ja, ne, hier ganz viele bunte neue Stufen. Ich habe ja das Gefühl, dass hier jeden Kampf irgendwer aufsteigt. Gut, jetzt aber. Äh, Folge zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Und ich sage, bis dahin. Bis dahin. Danke. Ja.